so liebe kinder die wir jetzt alle behandelt haben jetzt kommt vom ersten vorsitzenden eine kleine altherren übung zum 70 geburtstag und ich versuche mal ein paar ich versuche mal ein paar liegestütz hier für euch zu machen und für jede liegestütz die ich schaffe gibt es zehn euro aufs spenden also los geht's so nach meiner rechnung waren das genau 70